Der Sound of Cooking ist eine Weltneuheit, dahingehend, dass es ein neues Format ist, was Kulinarik, Musik und Interaktion mit den Teilnehmern verbindet. Das heißt, wir haben eine Musikshow, wir haben einen Kochkurs und eine Kochshow. Das heißt, die Teilnehmer können mit den Profiköchen, mit mir als Sous-Chefin kochen und es wird von musikalischen Showblogs begleitet. Das Spezielle für mich ist, dass ich meine großen zwei Leidenschaften zusammenführen kann und leben kann, nämlich Musik und Kulinarik. Und dieser Interaktionscharakter ist mir auch so wichtig, weil da sind wir in der Improvisation, in der Interaktion und ich komme vom Jazz. Jazz ist mein Planet und dass ich natürlich außerdem mit ganz, ganz tollen, renommierten Profiköchen zusammenarbeiten darf und dass ich von ihnen lernen kann. Also das ist das größte Geschenk. Und ich fühle mich das, was du willst, dass du willst, dass du willst, dass du willst, dass du willst. Vielen Dank.